Wer von Homschef ist Märchenman. Mit nem Bus, mit nem Bus, ne Pauschalreis gemacht, Pauschalreis gemacht und du, mein Schatz, trinkst mir, ha! Äh, was? Äh, ja, wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Ach ja, wir sind hier in der Schweiz, weil ich mir meinen Piepmanns verkleinern lassen will. Wie ihr wisst, ist der seit meiner ersten Sendung immer größer geworden. Spezialist für solche Operationen ist Dr. Troutan Salami auf Hawaii. Ja, und heute Nachmittag, da waren Dr. Troutan und ich auf der Jagd. Pudelmützen-Nashörner. Pudelmützen-Nashörner sind total gefährlich. Um es zu fangen, geht man in die Wüste und gräbt ein Loch. Dann ruft man, Pudelmützen-Nashörner sind doof. Pudelmützen-Nashörner kommt angerannt. Jetzt beginnt man, um die Grube herumzulaufen. Das Pudelmützen-Nashorn folgt einem. Nach einer Weile beginnt es zu schwitzen und setzt die Pudelmütze ab. Dann kann man es fangen, wie jedes andere Nashorn auch. Bis zum nächsten Mal. Oh ja, Märchen-Man. Thank you.